So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go. Was macht Niantic denn da schon wieder? Es ist ein Eventkalender für die ganzen drei Monate, für den ganzen Monat hin und her. Da stehen alle Events drin hin und her. Das nächste Event wäre am Samstag, der Riolo-Schlüpftag. Jetzt kurz, kurz und knapp angekündigt für Sonntag, den Community Day Classic, das Wiederholungsevent mit Shiggy. Denkst du, du hast deine Ruhe, kommst nach Hause, willst 20 Sekunden Premiere machen. Jetzt ist es 1941, da fragt der Henry schon, Ramses, machst du noch ein Infovideo? Ich denke mir, für was denn? Riolo-Schlüpft-Event, da habe ich doch schon vor 100 Jahren das Video gemacht. Den Classic Sea Day habe ich heute auch angekündigt. Jetzt ist schon wieder was angekündigt, schon wieder neue News. Zygarde für ein Routen-Event, neue Wege und Zygarde, Zygarde, Zygarde. Wo haben die das denn jetzt hergeholt auf einmal? Also Niantic ist für jede Überraschung gut und überrascht einen immer so komplett und wirft alles einfach nur um. Aber ich lasse mich jetzt nicht stressen. Ich mache dreiviertel neun noch einen Raid. Ich gucke 20 Uhr die Premiere. Dieses Video werde ich 21 Uhr noch raushauen. Dann gibt es morgen kein Pokémon-Video von mir, aber trotzdem noch eine andere Premiere mit dem Muttertier. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was das schon wieder ist. Wir sehen ja hier einen Typ und eine Tüpine. Wir sehen Pikachu, wir sehen Vollipurba, wir sehen Glurak, was da fliegt. Und ein Hund, der aussieht wie Zerrude, nur ist halt ein Zygarde. Und das ist Pokémon Go Roots. Also dieses Feature, was ich letztens schon mal ein Video drüber gemacht habe, was ich schon antesten konnte, wo ich gezeigt habe, wie man Routen erstellt, wie man die abspeichert, wie man die dann ablaufen kann und so weiter hin und her. Jetzt wird das wohl offiziell für alle dann freigegeben, dass man auf Routen zugreifen kann. Und alles im Zuge eines Events. Trainer in Pokémon Go erwarten euch neue Horizonte und Abenteuer. Heute beginnt die schrittweise Einführung eines neuen Features, Routen. Aus diesem Anlass findet auch ein brandneues Event statt, Neue Wege. Manche Events kündigen die an, die sind aber erst zwei Wochen später, sodass man schon wieder alles vergessen hat. Das geht morgen los, am Freitag, den 21. Juli, 10 Uhr. Und sie kündigen es jetzt abends, am Donnerstag, 20.07.19 Uhr an. Reden wir nicht drüber, egal, gucken wir uns an. Darüber hinaus gibt es das legendäre Pokémon Zygarde, das auch als das Ordnungspokémon bekannt ist. Sein Pokémon-Debüt im Zuge der Spezialforschung von A bis Z. Es scheint, als würde eine Verbindung zwischen Zygarde und den Routen bestehen. Auf unserer Website zum Routen-Feature findet ihr weitere Informationen zu Routen, Zygarde und seinen verschiedenen Formen. Da gibt es noch einen großen Artikel zu Routen, das sieht so aus, der ist so umfangreich, den werde ich euch hier unten drunter mal verlinken. Wie Routen genau also ablaufen, wie das mit den Zygarde-Zellen ist, was auch immer hin und her, könnt ihr euch durchlesen. Aber das Info an sich, das Event an sich, neue Wege, Freitag, 21. Juli, morgen ab 10 Uhr bis Montag, den 24. Juli, 20 Uhr. Routen. Die Pokémon-Go-Community schafft einen Reiseführer für die ganze Welt. Erstellt selbst eine Route, um anderen eure liebsten Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Oder folgt den Routen anderer Trainer, um in der Community beliebte Orte zu entdecken. Das Routen-Feature ist da und ebnet den Weg für fällig neue Abenteuer in Pokémon Go. Das Video gucke ich mir jetzt nicht an, da steht noch Pokémon-Debüt dabei. Das Ordnungs-Pokémon Zygarde erscheint zum ersten Mal in Pokémon Go. Wilde Pokémon. Es ist ja ein Event, was übers Wochenende läuft. Ihr werdet vermehrt auf Fucano, Ponita, Dodu, Yorclef, Elysepa und Magunior treffen. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger, außerdem ist die Chance auf schillernde Magunior erhöht. Magunior, also das Trump-Pokémon, gibt es ja schon als Shiny die Chance, jetzt ein Shiny zu bekommen. Ist erhöht, wer da noch keinen Sat hat, hat jetzt gute Chancen. Alle anderen Pokémon können auch Shiny sein. Aber weiß ich nicht. Ist irgendwie, glaube ich, nichts dabei, was irgendwie sinnvoll ist oder was man unbedingt braucht. Es gibt auch Eier in den Eiern. Aus sieben Kilometer Eiern schlüpft Wuffels Raffel Legios. Legios an sich sehr selten. Raffel, glaube ich, hast du auch die ganze Zeit gar nicht gesehen. Die zwei können aber nicht Shiny sein. Sind, glaube ich, auch nicht nützlich. Obwohl die Beideentwicklung von Raffel vielleicht für GBL irgendwas hin und her. Wuffels ist ein Pokémon, was sonst auch nur aus Eiern oder Raids kam, wo man Shiny schon damals bekommen konnte. Wo es auch verschiedene Formen gibt. Eine Form fehlt natürlich noch jetzt nicht aus Raids oder 10 Kilometer Eiern. Jetzt aus 7 Kilometer Eiern. Obwohl mir die nicht so lieb sind, weil das musst du immer abpassen mit den Freunden hin und her. Wenn ihr noch kein Shiny Wuffels habt, könnt ihr ja vielleicht hier ein paar Wuffels brüten. Event Boni. Erhöhte Chance auf schillernde Mangunior. Und zwei Drittel Distanz für das Verdienen von Kumpel Bonbons, während ihr Ruden mit eurem Kumpel erkundet. Da findet ihr also schneller seine Bonbons, die ihr erlaufen könnt. Und dadurch natürlich vielleicht auch XL, je nachdem, was man da halt hat. Pokémon bei Feldforschungen. Den folgenden Pokémon begegnet ihr als Belohnung für den Abschluss von Feldforschungsaufgaben Mangunior. Und der hat ja eben eine erhöhte Shiny-Rade. Außerdem wird es eine Spezialforschung geben. Bei der Spezialforschung von A bis Zygarde begegnet ihr Zygarde. Das kriegt ihr dann also wahrscheinlich wieder einmal. Und könnt eben über das Isruten-Feature dann Zygarde-Zellen finden, mit denen ihr die Form von Zygarde ändern könnt. Aber das findet ihr in diesem großen Artikel, der auf der zweiten Hälfte steht, nochmal extra. Steht auch hier dabei. Das Video geht nur sechs Minuten. Ihr wisst, wir brauchen acht Minuten, um schön Kohle zu verdienen. Also gehen wir nochmal hoch. Zygarde freue ich mich. Mal gucken, was man in den Aufgaben machen muss. Und hier ist jetzt dieser große Artikel. Nochmal entdeckt die Welt auf neue Weise mit Routen. Hier sind die ganzen einzelnen Sachen. Mangunior guckt hier nochmal auf dem Bild. Das sieht sehr lustig aus. Neue Wege und die einzelnen Abschnitte. Route erstellen. Wie man eine Route erstellt. Das habe ich ja in meinem Video zu Routen schon gezeigt, als ich Routen erstellt habe. Denn ich hatte ja schon verfrühten Zugriff. Routen erkunden. Also wenn ihr eine Route findet, die dann auswählt, die Routen abläuft, die andere erstellt haben. Hier sind ja Punkte unten drunter. Wählt einen Pogestop oder einen Arena als Startpunkt. Wählt Aufzeichnen aus, um mit der Erfassung eurer Route zu beginnen. Gebt einige Details zu der Route ein und reicht sie zur Überprüfung ein. Nachdem sie akzeptiert wurde, können andere Trainer eurer Route folgen. Selber erstellen, alles klar. Oder Route erkunden, eine fertiggestellte von einem anderen auswählen, dann ablaufen. Im Menü in der Nähe findet ihr unter Routen die Routen in eurer Umgebung. Wenn jemand schon eine erstellt hat, wählt eine Route aus und folgt der Route. Zygarde zählen. Was ist das jetzt? Haltet auf Routen die Augen offen, denn vielleicht stoßt ihr auf eine Zygarde-Zelle. Da schimmert dann was Grünes auf dem Boden. Zygarde-Zellen sind die Bestandteile des Ordnungs-Pokémon Zygarde. Sammelt Zygarde-Zellen in eurem Zygarde-Würfel und setzt sie ein, um die Form von Zygarde zu ändern. Ihr begegnet Zygarde im Zuge der Forschung von A bis Zygarde. So. Boni für das Erkunden von Routen. Was wäre ein Abenteuer ohne einen Schatz? Es bringt viele Vorteile mit sich, um Routen zu erkunden. Folgt einer Route zum ersten Mal bis zum Schluss, um einen neuen Routen-Ordden zu verdienen. Das habe ich auch schon gesagt, dass es ja auch Orden dann dafür gibt, wie Arena-Ordden, gibt es auch Routen-Ordden. Da kann man hier, glaube ich, draufdrücken. Ihr verdient schneller Kumpel-Bonbons. Mehr Pokémon werden von Rauch angelockt, wenn ihr eine Route zum ersten Mal erkundet. Ihr erhaltet einen EP-Bonus für die erste abgeschlossene Route des Tages. Wenn ihr an sieben Tagen in Folge mindestens eine Route erkundet habt, erhaltet ihr noch einen höheren EP-Bonus. Wenn ihr eine Route abschließt, während ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid, verdient ihr ein Kumpelherz. Da sind also auch hier noch besondere Boni mit dabei. Feldbericht zu Zygarde. Da steht da noch etliches drüber. Das ist gar nicht mehr so viel. Komm, das lesen wir uns auch noch durch. Feldbericht zu Zygarde. Zygarde ist ein Pokémon, von dem gemutmaßt wird, dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet, die dem Ökosystem Schaden zufügen. Es kann seine Form je nach Anzahl der gesammelten Zygarde-Zellen ändern. Zygarde besteht aus diesen Zygarde-Zellen und es gibt sogar Theorien, dass diese Zellen ein Eigenleben haben. Ihr könnt die Zygarde-Zellen im Zygarde-Würfel sammeln, der wie ein Nest für Zellen ist. In der Optimum-Form kann Zygarde sogar Xeneas oder Ibeltal überwältigen. Das sieht interessant aus. Ihr begegnet Zygarde natürlich in der Forschung von Apis Zygarde. Überall auf der Welt tauchen Routen auf. Alle Trainer können bereits Routen erkunden. Doch die Routenerstellung wird erst nach und nach eingeführt. Ihr erhaltet eine E-Mail, wenn dieses Feature für euch verfügbar ist. Habt ihr das Feature schon? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Manche konnten das, wie gesagt, schon früher testen. Ich war auch dabei, manche andere auch. Erstellte Routen, die die Frühtester erstellt haben, kann man jetzt also schon sehen. Wenn jemand bei euch das gemacht hat und es das gibt, die kann man also schon ablaufen. Kann diese Boni mitnehmen, alles hin und her. Zygarde-Zellen finden. Wo man den Zygarde-Würfel herbekommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch in der Spezialforschung, zusammen eben mit Zygarde. Und dann würde ich sagen, steckt in diesem Feature ja trotzdem noch mehr drin, als man dachte. Denn als sich das Feature angekündigt war, haben alle gesagt, ja toll, Routen, was bringt mir da? Sicherstellende Route. Ein anderer will die aus, läuft die ab? Langweilig. Aber ihr habt ja gesehen, ihr habt viele Boni dabei. Wenn ihr auf einer Route unterwegs seid, was den Buddy betrifft, was den Rauch betrifft, was die EP betrifft, was alles andere betrifft. Und jetzt ist das Feature, dass ihr eben auf Routen, Zygarde, Zellen findet, um euer Zygarde, was ihr aus dieser Forschung jetzt bekommt, die ab morgen 10 Uhr verfügbar ist, die Form zu ändern, hat man ja doch einen Anreiz, Routen zu erstellen, beziehungsweise erstellen Routen zu folgen, weil man ja die Zygarde-Zellen braucht, um dann das Zygarde, was du hast, zu ändern. Da gibt es bestimmt im Pokédex irgendeine Kategorie, die ganzen Formen gibt es. Du hast eins und je nachdem, wenn du das in diese Form umgewandelt hast, wird das eingetragen, kann ich mir vorstellen. Und du willst ja alle Formen mal umgewandelt haben. Habt ihr da Bock drauf? Ah, die ist ein Ohr jetzt umgeknickt. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt es mir in die Kommentare. Ziemlich viel Input jetzt. Ich weiß, das ist das Video, das wird nach der Premiere 20 Uhr erst online kommen, vielleicht 21 Uhr oder so, damit die Premiere ein bisschen wirkt. Ich werde morgen auch kein Pokémon-Video machen, außer es gibt schon wieder neue News. Dann lasst das erst mal auf euch wirken. Geht morgen los, guckt mal, ob ihr eine Route entdeckt, die ihr ablaufen könnt. Guckt mal, ob ihr euer Zygarde schon abholen könnt. Und ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.